Wände aus Gras, Steine aus Plastik und eine Regenwald-Fokko-Tampete Was macht dich träge? Ist es die Sorge? Und eine Lebensschaltungsgeräte. Wir lauschen an der Tür und stellen uns vor, wie du dich so lang am Bauch kratzt, bis er endlich aufkratzt. Was ist geblieben? Hunger war der Sand. Tausend CD's und keine, die dich nur gehört haben. Alles verkaufen und alles bereiten, bis ich dann keiner von alleine kariert habe. Und dein Gedächtnis lebt, an heißen Tagen, die reden von der Zimmerdecke nass ist, wenn du klingst und blickst. Und das sind halt so, deine letzten Jahre. Wir sind froh, dass wir dich nicht verändern. Einfach nur was haben müssen. Du brauchst nichts und du machst nichts. Du brauchst nichts, du machst nichts. Und wenn du morgen nochmal aufmachst, dann wird alles versprochen. Dann wird alles sein wie heute. Dann wirst du freuen, die Sonne war mal zu kommen. Größer verfehlt, trockene Erde entfallen. Wir sind nicht alle 16. Die Sonne, die auf uns untergeht. Am besten Rhythmus, den ist gut. Zwei bis in 24 Stunden. Ein wasser Leitung, Teil der besten Jahre. Wir sind froh, dass wir dich nicht verändern. Wir sind froh, dass wir dich nicht verändern. Einfach nur als Vater werden müssen. Du musst nichts und du machst nichts. Du musst nichts, du machst nichts. Und wenn du morgen nochmal aufmachst, dann wird alles versprochen. Dann wird alles sein wie heute. Wir sind froh. logical tres und wer auch immer möglich. Wir sind froh, dass für dich dich nicht verändern. Eine optimization und Planning. Dann müssen wir mal hier keine Sorgen. Du musst nichts, du machst nichts. Und wenn du morgen noch mal aufwachsen, dann wird alles verstanden. Dann wird alles sein wie heute. Vielen Dank.